Der Durchmarsch von Natascha Kohnen war eher eine Überraschung. Umso glücklicher war die SPD-Generalsekretärin, als das Ergebnis am frühen Nachmittag feststand. Mit 53,8 Prozent, das entspricht 14.605 Stimmen, konnte sich Kohnen gegen ihre fünf Kontrahenten in der Partei durchsetzen. Ja, ich bin sehr, sehr bewegt, nach wie vor. Es ist eine große, große Ehre, dass ich jetzt vorgeschlagen werde als Landesvorsitzende. Ich habe aber auch sehr, sehr großen Respekt natürlich vor der Aufgabe. Aber jetzt ist mir eine Riesenfreude am heutigen Tag und ja, jetzt geht's nach vorn. Sechs Wochen lang konnten die rund 60.000 Mitglieder der bayerischen SPD über einen Nachfolger vom scheidenden Landeschef Florian Pronold abstimmen. Insgesamt hatten sich sechs Kandidaten zur Wahl gestellt. Die Beteiligung bei der Mitgliederbefragung lag bei annähernd 50 Prozent. Über 100 Freiwillige hatten sich seit dem frühen Morgen in der SPD-Parteizentrale am Oberanger an der Auszählung der Stimmen beteiligt. Wir hatten ein ordentliches Verfahren, die Kandidaten haben sich präsentiert. Und jetzt haben wir eine glorreiche Siegerin mit Natascha Kohnen, die ein fantastisches Wahlergebnis eingefahren hat. Jetzt schließen wir die rein. Ebenfalls als Mitfavorit wurde der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn gehandelt. Doch er konnte bei der Basis offenbar nicht genügen punkten. Er erreichte 19,8 Prozent. Mein Ergebnis hätte besser sein können. Insofern bin ich nicht zufrieden, aber enttäuscht bin ich nicht. Woran hat es gelegen? Ich glaube einfach daran, dass Natascha Kohnen seit acht Jahren Generalsekretärin ist. Sie ist bekannt und beliebt in der Partei. Die Partei kennt sie und deswegen hat man sie auch gewählt. Auch weil sie ein Gegenentwurf ist als Frau, die für eine moderne soziale Politik steht. Natascha Kohnen hat unterdessen genaue Vorstellungen, wo es mit der Partei in Zukunft hingehen soll. Ich möchte die Partei thematisch zuspitzen, noch mehr als bisher. Das heißt, wir werden uns auf wenige Themen festlegen, noch genauer zuspitzen. Kannst du dir dein Dach über dem Kopf leisten? Wie geht es deiner Familie? Kannst du deine Kita bezahlen? Endgültig müssen die bayerischen Delegierten die Personalie noch absegnen. Das soll am 20. Mai beim ordentlichen Landesparteitag in Schweinfurt geschehen. Die bayerische SPD hat ihre Supergenossin nun also offenbar gefunden. Natascha Kohnen soll es nun also richten. Aber kann man da tatsächlich von einem Neuanfang sprechen? Wohl eher weniger. Denn bereits seit 2009 ist Natascha Kohnen, die Generalsekretärin der Bayern-SPD, und hat eng mit Florian Pronol zusammengearbeitet. Aber die Genossen haben eben so entschieden. Nun wird sich bei den nächsten Bundestags- und Landtagswahlen zeigen, ob es tatsächlich einen Kohneneffekt geben wird.